Diese Figur und noch viele weitere könnt ihr euch jetzt bei Amazing Collectibles schnappen. Schaut doch mal rein, der Link ist unten in der Videobeschreibung. Und jetzt viel Spaß beim Video. Reviewzeit, Ladies und Gentlemen, herzlich willkommen zurück, ihr Teenage Mutant Ninja Turtles Fans da draußen. Heute gibt es ja mal wieder eine kleine Turtles Review für euch und zwar wieder von der Firma DreamX. Ich denke mal, die meisten, die meinen Kanal verfolgen, dürften wissen, was das für eine Firma ist. Denn ich habe da schon die vier Jungs vorgestellt und auch den guten Shredhead Shredder, die denke ich mal alle doch recht gut ankamen bei euch. Und ja, DreamX hat sich jetzt natürlich noch zur Komplettierung eurer Reihe, eurer Sammlung noch die gute April O'Neil einfallen lassen in der klassischen Version. Und die möchte ich euch heute genauer mal vorstellen. Ja, ihr seht schon die Verpackung hier vorne. Oben drauf haben wir das DreamX Zeichen. Dann sehen wir hier schon ein Bild, wieder sehr stilisiert von der Figur selbst, die sich in dieser Verpackung befindet. Auch der Hintergrund gefällt mir sehr schön. Sieht fast aus wie ein Gemälde. Das haben die wieder sehr schön gemacht. Aber das kennen wir auch schon von den Turtles Figuren. Da war das nämlich fast genauso. Hier unten, das erste, was mir auf jeden Fall auffällt, ist, sie haben wahrscheinlich nicht die Lizenz bekommen, April O'Neils Namen zu verwenden. Denn hier steht News Hen. Ich habe keine Ahnung, was das für eine Bedeutung sein soll. Also News ist halt für die Reporterin, für die News-Sprecherin. Und dann One Six Scale Collectible Action Figure. Ansonsten verpackungstechnisch seht ihr, dass hier April's Gesicht auch nochmal auf der anderen Seite weitergeht. Das sieht sehr schick aus. Und auf der Rückseite haben wir dann schon einen Einblick auf das, was hier alles mit dabei ist. Und das gucken wir uns jetzt natürlich mal gemeinsam an. Denn der Rest der Verpackung ist leider sehr, sehr schlicht gehalten. April ist nur in einem schwarzen, nicht bedruckten Karton aufbewahrt. Natürlich schön in Styropor eingelegt. Dreamax-typisch. Damit der Figur nichts passiert. Und ich würde sagen, genug dieser kleinen, schicken Verpackung hier. Lasst uns mal April O'Neil auspacken. Und mal gucken, wie Dreamax die Umsetzung unserer geliebten News-Reporterin hier gemacht hat. Wenn ihr die gute April aus der Verpackung befreit habt und schon ein bisschen zusammengebaut habt, denn so eine Kleinigkeit müsst ihr noch anbauen. Unter anderem diese kleine Tasche, die ich jetzt hier in den Gürtleren gemacht habe. Da komme ich aber gleich später nochmal zu. Ja, dann auf den ersten Blick natürlich erwartet hier bitte kein richtiges High-End Collectible. Eine Figur, die wirklich sehr lebensecht aussieht. Ihr müsst erwarten, dass das hier wirklich ein Abbild der klassischen April O'Neil aus der klassischen Kartonserie ist. Einfach nur halt umgesetzt in Figurenform. Daher denke ich mal, geht das auf jeden Fall in Ordnung. Ihr seht April zum Beispiel mit diesen sehr schönen, ja 80er Jahre Haaren eigentlich. Schön im Braun gehalten. Das sieht sehr nice aus. Dann sehr stilisiert und typisch natürlich ihr gelber Anzug. Auch der ist natürlich mit dabei. Ihr könnt ein paar kleine Details erkennen, dass hier überall Channel 6 draufsteht. Das finde ich sehr schön. Im Großen und Ganzen muss ich sagen, wer auf die klassische April O'Neil steht und einen in seiner Sammlung haben möchte, der kann hier definitiv zuschlagen. Aber ich kann euch natürlich auch vorweg sagen, als Komplettist würde ich der Figur auf jeden Fall einen Daumen nach oben geben. Aber so als Einzelverkauf-Figur würde ich eher sagen, ist sie jetzt nicht wirklich eine Schönheit. Also sie ist nicht wirklich eine Figur, wo ich sage, boah, die muss ich jetzt in der Sammlung haben. Aber als Turtles-Fan, trotz alledem muss ich sagen, bin ich sehr froh, eine Umsetzung der April O'Neil zu sehen von DreamX. Aber es hätte ein bisschen besser sein können. Aber schauen wir uns das Ganze mal genauer an. Natürlich, wie gesagt, der angesprochene Herzgut, das Gesicht von April, was jedoch teilweise sehr lieblich designt wurde. Sie sieht sehr hübsch eigentlich aus mit ihren blauen Augen. Die Lippen sind leicht geöffnet. Das gefällt mir ganz gut. Und dann, wie gesagt, die Frisur, die klassische April O'Neil-Frisur. Denke ich mal schon, dass der ein oder andere sie hier definitiv wiedererkennen wird. Das passt schon soweit. Auch vom Paintjob her ist das völlig okay. Wie gesagt, das ist halt die Cartoon-Vorlage. Daher denke ich mal, kann man da nicht zu viel meckern. Das geht schon völlig in Ordnung. Ich mag das generell. Die Augen, die Wimpern kann man sehr gut erkennen. Alles andere ist sehr fein ausgearbeitet. Und auch die Haare, denke ich mal, das sieht sehr hübsch aus. Das passt schon soweit. Also das ist die typische klassische April O'Neil, mit der ich in den 80ern aufgewachsen bin. Und daher denke ich mal, geht das hier vom Kopf her auf jeden Fall in Ordnung. Es hätte natürlich besser sein können, aber ich denke mal, wie gesagt, als Komplettist der Dreamaxx-Turtles-Reihe kann man sich diese April auf jeden Fall zulegen. Der von mir angesprochene gelbe, ikonische Anzug ist hier auch ganz schick umgesetzt, muss ich sagen. Ihr seht, überall sind die ganzen Taschen und alles am Start. Die sind aber alle nur komplett vernäht. Ihr könnt hier nichts öffnen, ihr könnt daran gar nichts bewegen. Das ist alles nur simuliert. Ich mag aber generell das Stitching hier dran sehr. Es ist ganz gut umgesetzt, muss ich sagen. Also der Anzug selbst fühlt sich sehr robust an. Das haben die ganz gut gemacht. Ihr seht, dass die Nähte alle passen. Das ist okay. Das ist definitiv okay. Ihr seht, auch hier ist noch ein kleiner Reißverschluss. Den könnt ihr öffnen. Das funktioniert auch. Was auch ganz lustig ist, am Reißverschluss hier unten selbst dran. Ja, dieses Teil, was hier dran hängt, das sieht wirklich aus wie ein kleines Mikrofon. Ganz lustiger kleiner Nod. Und dann hier von mir angesprochen auch natürlich das Channel 6 Logo, was hier vorne drauf ist. Auch das ist nicht schlecht gemacht. Das ist ein richtiger Patch, der hier raufgenäht oder raufgeklebt wurde. Das geht schon. Sie hat dann hier unten einen weißen Gürtel, der aus Kunstleder ist. Mit einer, ich weiß nicht, ob das jetzt hier aus Metall ist, diese kleine Schlaufe hier. Ich glaube nicht, dass das Kunststoff passt ein bisschen auf. Ich habe nämlich jetzt hier, was ich euch gesagt habe, diese Tasche rangebracht, die eine der Zubehörteile ist. Ich habe das jetzt so gemacht, dass ich halt den Gürtel geöffnet habe. Ihr seht schon, ich habe hier falsch eingefegelt, sehe ich gerade. Ist auch egal. Und dann habe ich halt hier vorne die Tasche reingepackt, damit sie das hier an der Seite hält, um dann noch irgendwie Kassetten oder sowas aufzubewahren. Ich weiß es nicht. Oder eines der anderen Zubehörteile, was mit dabei ist. Ansonsten, ja, was kann ich euch noch an diesem Anzug zeigen? Wie gesagt, Tailoring-mäßig ist das echt okay. Das gefällt mir. Da steht nichts großartig über. Das ist alles super. Sogar hinten auf der Hosentasche, hier hinten ist das Channel 6 Logo zu sehen. Und auch hier natürlich auf der linken Seite, auf der, im Schulterbereich hier, auch da nochmal Channel 6. Das geht schon. Der Gelbton kommt wahrscheinlich jetzt im Video wieder ein bisschen hell rüber. Es ist ein sehr dunklerer Gelbton, der schon fast so ein bisschen ins Orangen übergeht. Gefällt mir ganz gut. Aber null Weathering dran oder sowas. Also auch da erwartet bitte nichts. Die Seitentaschen hier sehe ich gerade, sind mit Klettverschluss. Die könnt ihr öffnen, auch völlig okay. Weiter unten haben wir dann halt noch die typischen weißen Boots, die April dann halt auch in der Serie getragen hat. Das sieht ja allerdings eher so ein bisschen nach krass Turnschuh aus. Wie gesagt, keine großartigen Highlights dran. Sind ein Solid Piece mit grauer Sohle unten drunter. Mehr ist da an der April halt nicht dabei. Ansonsten muss ich euch gestehen, persönlich so von den Proportionen her, finde ich, der Körper, den ihr Dream Max benutzt hat, ist teilweise ein bisschen dünn. Also es sieht ein bisschen sehr falsch proportioniert aus. Gerade so der Hüftbereich oder der Taillenbereich. Das ist alles ein bisschen sehr dünn, muss ich sagen. Hätte man eventuell noch ein bisschen mehr anpassen können. Sie trägt da drunter, glaube ich, auch noch so eine Art weißen Jumpsuit. Ich weiß es nicht. Wo sogar noch so ein bisschen, glaube ich, Polsterung bei ist, oder? Na, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall trägt sie ein weißes Unterhemd runter. Aber wie gesagt, so eine Art Polsterung, damit der Körper ein bisschen fülliger aussieht, damit es nicht so dünn aussieht. Ich denke mal, das hätte der Figur gut getan, weil der Kopf wirkt im Gegensatz zum Körper dann doch schon recht groß, müsste man fast sagen. Aber ihr seht ja schon, es geht. Es geht definitiv. Sie sieht ganz okay aus, muss ich gestehen. Ja, Zubehörtechnisch haben wir natürlich jetzt auch schon was gesehen. Ich habe hier zwei Sachen in die Hand gepackt. Unter anderem natürlich das wichtigste Tool der Apple O'Neill, das Channel 6 Mikrofon. Ja, im klassischen Design, gefällt mir sehr gut. Ihr seht das, ihr könnt ja das einfach in die Hand packen, dann passt das. Ich nehme das jetzt mal kurz hier weg. Apple, darf ich mal? Dankeschön, bleib schön stehen. So, da ist das gute Mikrofon. Ihr seht oben drauf so schöne Silber gemacht. Und überall dann ringsum hat das Channel 6 Logo. Auch das gefällt mir sehr gut. Kleine, schöne Details hier. Auch der Knopf zum Anschalten ist hier in Rot gehalten. Das sieht gut aus. Und dann halt unten, ja, die kleine Funkantenne, damit Apple halt eine gute Übertragung hat in den Channel 6 Newswagen. Auch das gefällt mir sehr gut. Wie gesagt, ist nur aus Kunststoff und ihr könnt das Apple sehr leicht in die Hand drücken. Das gefällt mir schon mal ganz gut. Damit könnt ihr dann so ein kleines, cooles Display machen, wie sie halt gerade ein Interview führt oder sowas. Finde ich ganz nice gemacht. Ja, und ansonsten natürlich, wenn sie mal alleine unterwegs ist, sie hat natürlich nicht immer ihren kleinen Assistenten mit am Start, hat sie auch noch diese schicke Videokamera mit dabei, die persönlich, ja, mein kleines Highlight hier an der Figur ist. Denn da sind ein paar tolle kleine Details dran. Auch das könnt ihr dann Apple halt in die Hand drücken. Dann kann sie halt selbstständig so ein bisschen filmen. Ich finde die Kamera ist gelungen. Die sieht echt schick aus. Wie gesagt, die Details dran, die sind gut. Und selbst die kleinen Beschriftungen da dran finde ich recht lustig gemacht. Denn überall sind so kleine Knöpfe dran, Kleinigkeiten, die hier wirklich sehr schön aufgebracht sind. Ganz lustig, hier steht die Marke der Kamera. Das heißt, es ist neu, aber wir wissen alle, das wird Sony sein. Wie gesagt, Farbgebung normal in Grau gehalten. Leider ist das kleine Richtmikrofon hier vorne dran ein bisschen schief. Das ist aber vertretbar, weil es ist sehr flexibel. Also wenn da mal was runterfällt, passiert da nicht viel dran. Dann natürlich vorne die Optik, finde ich sehr schön gemacht. Hier wurde nochmal mit Klarlack rübergezogen, damit es einigermaßen aussieht, als wäre der Glas dran. Auch hier so eine kleine Blau-Applikation. Und dann hier auf der Seite auch sehr cool gemacht. So ein kleines Display. Ihr könnt hier sogar ganz leicht, ganz klein erkennen. Da ist die Akku-Anzeige. Das finde ich sehr schön gemacht. Also auch da wieder tolle Details. Auch hier das Channel 6 Logo mit drauf. Und hier noch so ein paar Knöpfe. Ich denke mal, das ist der große Aufnahmeknopf. Und hier hinten dann halt nochmal das Gegenstück, womit sie dann halt durchgucken kann. Zum Filmen. Oben der Tragegriff, den ich eben gerade auch schon benutzt habe bei der Figur. Denn ich denke, das sieht ganz nice aus, wenn Apple die Kamera halt in der Hand hält. Und dann halt in der anderen Hand noch das Mikrofon. Ich denke mal, das ist ganz cool auf jeden Fall. So könnt ihr diese zum Beispiel displayen. Wie gesagt, Kamera in die Hand, Mikro in die Hand. Und dann habt ihr schon eigentlich alles, was eine Newsreporterin braucht. Ansonsten, ihr habt natürlich auch noch austauschbare Hände dabei. Die zeige ich euch jetzt natürlich immer mal nicht. Aber ich zeige euch eine. Denn ich finde das sehr interessant. Macht euch da keine Sorge, wenn ihr jetzt die Hände austauschen wollt, dass das wieder eine friebelige Arbeit ist. Nein, das ist eine der austauschbaren Hände. Und schaut mal hier. Da ist ein riesen Pack dran. Macht euch da also keine Sorgen. Die Hände lassen sich super schnell austauschen, super leicht. Das wünsche ich mir bei manch anderer Firma auf jeden Fall auch, dass das so leicht geht. Daher gibt es da keine Schwierigkeiten mit den Händen. Da dürfte ich euch dann auch keine Sorgen machen. Denn ich hatte, glaube ich, beim Shredder so ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Austauschen der Hände. Weil der, glaube ich, auch nur ein Pack jeweils hatte. Hier ist jede einzelne Hand jeweils mit einem Gelenk ausgestattet. Da müsst ihr auch nichts tauschen. Das ist völlig okay. Und damit bin ich mehr als zufrieden. Das geht schon mal sehr gut klar. Ja, und ansonsten, zu technisch, hat sie dann natürlich auch noch das Turtles Phone, den Turtle Kommunikator mit dabei. Der gehört sich dazu. Auch das im klassischen Design der klassischen Serie. Falls ihr da nochmal die Turtles Review in Erinnerung habt, die Turtles hatten sowas auch mit dabei. Aber das war dann eher so dieser zum Ausziehen dieser Kommunikator. Und Apple hat dann halt den zum Klappen. Den könnt ihr ja auch in die Hand drücken, aber ich nehme mir den jetzt mal weg. Guckt mal her. Da ist er. Ja, ihr könnt ihn also zuklappen. Das ist ganz nice gemacht. Typisch ein Turtles Shell Logo oder Motiv halt. Das sieht ganz nice aus, muss ich sagen. Und wenn ihr das Ganze jetzt halt öffnet habt, das wahrscheinlich schon gesehen. Guck mal her. So, na, da seht ihr dann schon drauf. Na, wird wen telefoniert sie da wohl gerade? Das sieht nach Leonardo aus. Ja, so ein bisschen drauf gepaintet. Ihr könnt das gerade so erkennen, das blaue Bandana. Dann natürlich hier noch der Anrufknopf und die ganzen verschiedenen Zahlen drauf. Das ist auch ganz lustig gemacht. Gefällt mir, ne? Das ist eine schöne kleine Andeutung auf jeden Fall für die Turtles Fans, denke ich mal, der klassischen Serie. Auf jeden Fall ein nettes Gimmick. Und das könnt ihr dann unter anderem halt auch bei Apple hinten in diese Tasche, denke ich mal, reinpacken. Denn dafür ist es eigentlich gedacht. Na, dann macht ihr die Tasche halt auf, weil die hat auch einen Reißverschluss. Na, und dann könnt ihr da halt das Turtle Zone reinstecken. Dann geht das nicht verloren. Das finde ich schon recht okay auf jeden Fall. Tja, und ansonsten, ja, da wird es ein bisschen skurril mit dieser Figur. Aber ich sage euch jetzt mal genau, warum. Denn ihr habt unter anderem diesen Stuhl mit dabei. Da, da, ein schwarzer kleiner Stuhl, wo ihr Apple raufsetzen könnt. Wieso hat Apple einen Stuhl dabei? Tja, passend zu diesem Stuhl und passend zu dieser Szene hat Apple noch einen austauschbaren Kopf, der diese Szene so gesehen komplettiert. Und ich denke mal eher, ja, das ist so ein bisschen der asiatische Touch, der mit drin ist. Apple hat ja öfters mal so das Problem, dass sie gefangen wird von Shredder. Und dann wird sie halt gefesselt und irgendwo festgesetzt. Und die Jungs müssen Apple halt retten. Und dafür gibt es halt alternativ diesen Hetscape. Lasst das auf euch wirken. Den Kram mal beiseite. Schaut euch das an. So sitzt Apple da also, ist so gesehen gefesselt. Aber das kommt mir auch bekannt vor. Denn damals schon, äh, zur Kindheitszeiten auf dem Gameboy gab es, glaube ich, schon einige Szenen, wo Apple halt immer wieder auf dem Stuhl saß, immer wieder gefesselt wurde. Und da wurde dann halt auch wieder, ja, ihr Mund sozusagen mit einem weißen Tuch halt zugeschnürt, damit sie einfach Schnauze hält. Ihr wisst, was ich meine. Der Kopf selbst, wie gesagt, oh Mann, das ist sehr, sehr seltsam, sowas zu zeigen. Aber ihr seht das hier, ne? Es ist einfach nur der normale Hetscape. Obwohl, ja, hier wurde so ein bisschen drauf geachtet, dass sie böse guckt. Ne, dass sie so ein bisschen genervt ist. Äh, jetzt haben sie mich schon wieder gefangen. Ne, ich zeige euch zum Vergleich mal den anderen Hetscape. Da, ne, da seht ihr das. Es ist nicht fast der gleiche, aber ihr seht schon, was da die Sache ist. Ne, sie wurde einfach einmal kurz gefesselt. Ne, und dann ist gut. Und ja, mehr muss ich dazu nicht sagen. Wie gesagt, ihr könntet ihr dann halt auf diesen Stuhl raufstellen. Den Stuhl selbst, ähm, könnt ihr natürlich auch noch für andere Sachen benutzen, fürs Display. Ich finde den ganz gut gemacht, ne? Er ist natürlich nur aus einem normalen schwarzen Kunststoff gemacht. Aber ihr könnt ihn tatsächlich wirklich einklappen. Er wiegt sehr solide. Er wiegt, er wirkt sehr solide, muss ich sagen. Ne, daher ganz okay das Ding. Den Stuhl und April zusammen, ja, lasst euch was einfallen. Je nachdem, wenn ihr jetzt zum Beispiel Shredder habt, ne, dann könnt ihr natürlich auch Shredder dann halt dahinter stellen, wie er gerade April bedroht und die Jungs halt davor, wie sie versuchen, April zu retten. Dann noch mit dabei hat sie eine kleine Armbanduhr, die ich auch recht nice finde. Sie ist auch nur aus normalem, ja, schon fast Gummi gemacht. Passt ein bisschen auf. Ihr müsst diese Armbanduhr nämlich wirklich um das Handgelenk rumwickeln und dann halt hier befestigen. Ich habe das jetzt mal so gemacht. Ihr seht das einfach nur da durchgefriemelt. Es hält nicht wirklich so gut. Ihr müsst das Ganze wieder ein bisschen straff ziehen. Passt aber auch auf, wenn ich denke mal, das ist so ein Part, der über Zeit vielleicht ein bisschen brüchig werden könnte. Detailtechnisch muss ich aber sagen, ist das recht nice gemacht. Ihr könnt da drauf sogar die Uhrzeit erkennen. Ne, ich glaube 10.58 Uhr, wenn ich jetzt nicht richtig falsch gucke. Ja, auf jeden Fall. Ne, eine nette kleine Sache. Und dann natürlich noch etwas, wo ich jetzt gerade gar nichts mit anfangen kann. Das habe ich jetzt nochmal hier. So ein Teil. Was ist das? Ich kann ehrlich gesagt damit gerade gar nichts anfangen und ich weiß auch nicht, wo das hin soll. Ich tippe jetzt mal drauf, dass das eventuell noch für die Kamera ist, damit April die Kamera halten kann oder für das Mikrofon. Denn das sieht ganz stark nach einer Schlaufe aus, die ihr dann halt auch an den Gürtel ran packen könnt. Aber wie gesagt, um das Ganze dann halt an den Gürtel ran zu machen, müsst ihr den halt sozusagen wieder hier öffnen und dann das Ganze hier reinpacken. Ja, ich denke mal schon, das wird eher für das Mikro oder so sein. Also auch da ist noch eine Kleinigkeit vorhanden, um ein paar Sachen zu verstauen. Und natürlich auch sehr wichtig, wenn April mal wieder über die nächsten Angriffe oder die neuesten Angriffe des Foot Clan berichten möchte und sie mal wieder versucht, durch die Polizeisperre zu kommen, hat sie ihren Presseausweis mit dabei. Den haben wir hier. Der ist tatsächlich um eine schöne Metallkette oder an eine schöne Metallkette festgemacht. Ist in eine Klarsichthülle reingepackt. Das ist wirklich sehr cool. Und ihr könnt halt drauf erkennen, Press Card, sogar mit Strichcode in dem Channel 6 Logo. Und ja, April O'Neils Gesicht ist halt mit da drauf. Ich gucke mal, wie ich das euch in die Kamera hier reinkriege. Vielleicht könnt ihr jetzt noch ein paar Details mehr erkennen. Ja, wir gehen jetzt mal sehr nah ran. Da steht nämlich sogar irgendwie was drauf von wegen, boah, ich kann das nicht erkennen. Ich kann das echt nicht erkennen. Ich kann auf jeden Fall April erkennen. Ich kann irgendwie was erkennen von wegen Female, kann das sein? Auf jeden Fall nette kleine Details, hier auf der kleinen Pressekarte, die an dieser Kette ist. Das finde ich auch sehr nice. Das passt wieder zu dem ganzen Reporter-Look von April. Das gefällt mir sehr gut. Und natürlich auch mit dabei, wo wir schon bei kleinen, friemeligen Sachen sind, wie die ich jetzt nicht in die Hand facke, ist noch dieser kleine Stift, den ihr auch noch mit dabei habt. Den könnt ihr dann wahrscheinlich hier irgendwo reinklemmen, wenn das möglich ist. Oder in die Hand packen, damit sie dann halt auch ein paar News aufschreiben kann und nicht immer nur filmt. Auch das eine nette kleine Sache, die mit dabei ist. Also ihr seht, zubehörtechnisch kann sich April durchaus sehen lassen. Da ist eine Menge Spielerei mit dabei, damit ihr so ein bisschen was für euer Turtles-Display machen könnt. Und jetzt natürlich noch wichtig, Beweglichkeit. Wie ist die Beweglichkeit unserer Channel 6 Reporterin? Da fange ich mal an, natürlich mit dem Kopf, der hier wieder auf einem netten Gelenk sitzt. Übrigens, wenn ihr den Kopf tauschen wollt, ist das ganz simpel. Ihr könnt den ganz simpel mal kurz hier abklacken. Hier ist das Gelenk halt, der kleine Joint, alles cool. Und ihr könnt das auch recht fix wieder reinpacken. Also auch da keinerlei Schwierigkeiten. Der Kopf lässt sich 360 Grad drehen, nach oben und nach unten. Eher ein bisschen weniger, aber völlig ausreichend. Ihr könnt die Schultern sehr weit nach oben packen, da der Anzug natürlich auch sehr weit mitgeht. Das passt, das funktioniert. Ihr könnt die Arme sehr weit nach vorne und sehr weit nach hinten packen. Ein Biceps-Wriffel ist hier sogar mit drin. Ihr seht das, ihr könnt den Arm hier drehen. Dann haben wir die Ellbogengelenke, die wir hier sogar jetzt mal einsehen können. Das sind nämlich Doppelte. Da sind sie. Auch ganz leicht zu bewegen. Das geht alles ganz gut. Die Hände auf diesen superlangen Packs lassen sich natürlich auch wie eine normale One-Six-Scale-Figur bewegen. Ein bisschen Kippen drehen, machen wie ihr fröhlich seid. Das funktioniert. Ich muss euch aber auch gestehen, dass die Gelenke dieses Körpers teilweise, finde ich, ein bisschen lose sind. Aber ich denke mal, es geht für den einen oder anderen von euch da draußen sicherlich okay. Der Oberkörper lässt sich natürlich auch drehen. Ihr seht das hier. Da ist eine Beweglichkeit drin. Das ist ganz gut. Wir haben einen leichten App-Crunch. Einen App-Crunch? Nein, wir können sie auf jeden Fall nach vorne packen. Habe ich hier zu App-Crunch gesagt? Das ist der Bicep-Swivel. Der Bicep-Swivel. Das ist der App-Crunch. Das heißt, wir können Apple nach oben und nach unten drücken. Das geht ganz gut. Die Hüfte selbst ist auch nochmal separiert, was ich nice finde. Bleibt natürlich auch durch den guten Spiel des Anzuges sehr gut in place. Auch da alles super. Die Beine und der Split gehen so weit auseinander. Macht euch da auch keine Sorgen, dass ihr das zu sehr überstrapaziert. Denn der Anzug fühlt sich sehr robust an. Da macht euch keine Sorgen. Die Beine nach vorne sehr gut. Die Beine nach hinten. Wahrscheinlich hier wieder durch den Körper so ein bisschen behindert. Aber auch das völlig okay. Doppelte Kniegelenke am Start. Und die Füße sitzen auch auf normalen Packs. Auf normalen Ball-Joints. Da könnt ihr dann auch 360 Grad drehen mit ein bisschen Ankle-Pivot. Das ist die Beweglichkeit der Dreamax April O'Neil. Abgerundet wird das Ganze dann nur noch durch einen ganz minimalistischen Stand, der mit dabei ist. Mit Crouch-Gabel. Da könnt ihr nichts falsch machen. Leider auch hier keinerlei Beschriftung drauf. Finde ich ein bisschen schade. Hätte ich mir gewünscht. Aber wie gesagt, das ist einer der Standard-Stands für 1 zu 6 Figuren. Und da könnt ihr dann halt April raufstellen. Und ja, ein bisschen was in Sachen Posen machen. Tja, also wer auf die klassische April O'Neil steht und auch schon die Dreamaxx, Turtles, Shredder und auch den Casey Jones hat, denke ich mal, kann hier getrost als Komplettes zuschlagen. Als Standalone-Figur, muss ich euch gestehen, bin ich jetzt nicht wirklich so sehr überzeugt von dieser Figur. Denn gerade die Proportionen und alles, das wirkt alles nicht wirklich sehr stimmig. Aber vom Zubehör und alles, muss ich sagen, gefällt mir die Figur durchaus. Aber ich muss euch gestehen, als Turtles-Fan würde ich sie mir persönlich jetzt nicht wirklich in die Sammlung holen. Was haltet ihr von dieser April O'Neil? Habt ihr die Dreamaxx-Turtles? Habt ihr die Reviews dazu gesehen? Dann immer unten rein mit euren Kommis in die Kommentarfunktion. Ich bin sehr gespannt drauf. Tja, die gute kleine April O'Neil. Das soll es gewesen sein, liebe Leute. Wie immer sehen wir uns natürlich im nächsten Video wieder. Macht's gut. Bis dann und Cowabunga-Dudes. Bis dann und Cowabunga-Dudes.